Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play World of Warships. Wir sind in den Alsassen unterwegs, füllen mich eventuell mit. Die letzte Runde, die ich muss. Mir fehlen noch 2.122 Erfahrungspunkte, dann habe ich sie durch. Aber ich habe noch nicht genug Geld, mir den 10er zu holen. Also fahren wir noch was anderes und weiter. Aber dann haben wir schon wieder ein Schiffchen durch. Ja, also es hat bisher Spaß gemacht. Das ging eigentlich viel zu schnell. Ich weiß noch, wie lange sich das mit der Monarchie gezogen hat. Alter, nee. Da hast du nachher aber auch keine Lust mehr dran. Aber ich glaube, du hast die Hälfte übersprungen. Äh, nee, nicht ganz, aber ein Großteil muss ich echt gestehen, ja. Der hat aber auch wirklich keinen Spaß gemacht, die Monarchie. So, große Wolf, jetzt schön zickzack. Ja, ich fahre jetzt hier weiter. Oh, die haben unter den Buchtigkeit. Oh, die haben unter den Buchtigkeit. Was ist das? Eine Musashi Ich überhole gerade die EU Nur Abpraller, 6... 6 Abpraller und einer nicht durchgeschlagen. 0 Punkte 1190 Autsch, ich brenne. Da kommt er jetzt jede Menge Vollgas und abdrehen oder? Ja, ja, ich habe schon Vollgas Ich habe mal von Henry geschossen. Er könnte sogar treffen 28.000 Nichts Klasse, dadurch sind jetzt hast du den so verschoben, dass meine vorbeigegangen sind Das kann sein Krossowol ist abgehauen Ja, ja, wer geht die Shima suchen, die jetzt wahrscheinlich gleich bei uns ins Käppel Die ist doch gerade ist aufgegangen Ich dachte, du drehst runter ab Ich dachte, ich könnte hier nochmal was schießen, aber könnte ja nichts mehr Ja, ich habe nochmal geschossen und habe wieder 1000 Ich bin offen durch Fliege, ach Ey, vertipps nochmal Das schießt was auf mich, wird aber nicht sichtbar lustig Für mich sind jetzt zwei sichtbar, aber hinter einer Insel So, ich habe nochmal auf dem Henry geballert Ich bin auf zu ballern und hau den Turbo rein Ich brenne, was für eine Welt Ja, 5000, 6000 habe ich nochmal gedrückt Dann hast du die Shima, die wird von zwei Ähm, von einem Große Wäu hat sich echt gelohnt Ja Boah, aber was trifft mich hier Wieso bin ich schon wieder offen? Maschinenboost aktiviert Hm, unsere oder deren? Wahrscheinlich unsere, der hat ja für uns geschrieben Ich bin offen Eine Kronstadt, der rackt mir hier so rein Kann meine nicht Die wird ja auch rausgenommen, ne? Aus dem Aus dem Shop Ich habe daneben gesammelt, sehr gut 9000 auf die Kronstadt Das ist ja nicht normal, was der mir für einen Schaden macht Warum machst du das nicht mit der? Mich brennt zweimal Ich habe die ohne Schiedsgericht Ja, hallo Wir hatten wir gerade 15.000 Die Kronstadt Ja Problem gelöst Und ich mache 1190 Kenn ich Zu meiner voll ausgebauten Na ja, das war mal 11 Das war doch ein bisschen mehr Hat er es geschafft zu drehen Ich brenne Ich habe hier noch eine Zitadelle gedrückt Ich mache mal 4 Meine Secondary macht keinen Schaden Ich habe hier noch eine Zitade Ich fahre jetzt mal auf die Musashi zu Ach, du bist ja sowieso da vorne Ach, hier oben müssen Hände hier unten hinten, Bob Die haben so komische, böse Sachen Ich mache auf die Musashi keinen Schaden Ich brenne schon wieder Da könnte der Henry hinter mir raus Ich mache 2000 auf den Die Buki kommt Also noch die Hindenburg Die fährt besser Na ja, sei Dank Aber die Tops von der Hindenburg Fresse ich nicht Aber ich habe drei Feuer Und tschüss Sascha 7,4 auf die Hindenburg Eine Zitadelle 30 Treffer Drei Zitadellen habe ich bisher Ah ne, zwei Zitadellen hatte ich 61.000 Und du? Äh, 77 Da ist er noch voll Achtung, melde Zielposition Ja, ich würde da gerne drauf schießen Aber das ist ne Inseljung Wer ist durch die Tops gefahren Von der Mino Ja Da kommt da los Ja, die Mino denke ich macht es jetzt Ja Nein, nein, die Ibuki hat die Führung übern Er stürzt Ja, ja Die Buki hat jetzt von da hinten einmal Endlich geschickt Wir rücken ja nicht nach, ne? Nö Wir lassen die da oben Unsere Jutland Alle Schießen mit fünf Mann Auf den Kurfürst Mhm Maschinenboost aktiviert Das war bleu Es hat geärbi Das war Das war Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Es hat geärbi Alles Es Das ist Aktuell Das war Was Es die führung übernommen sie haben es endlich geschafft zu sechst ja muss ja auch irgendwann mal klappen ich hab's mal 100.000 geschafft gegnerischen kreuzer gesichtet gegnerische schlachtschiffe entdeckt 1190 schlachtschiff 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 Maschinenboost deaktiviert. Hoja, Alarm! Wer hat denn jetzt raus? Wer hat denn jetzt raus? Gegnerischer Kreuzer zerstört, Problem gelöst! Der so hilfreich in der Grosso Roy unterwegt war, der schreibt hier die ganze Zeit, der gibt hier die Clues. Der so hilfreich in der Grosso Roy. Der so hilfreich in der Grosso Roy. Maschinenboost aktiviert! 134.000. So, ja sieht ja gar nicht mal so ganz verkehrt aus. Das haben wir gemacht, ausführlicher Bericht. Ne, Buki versenkt, ein bisschen Schaden verteilt. 31 auf die Kronstadt. Jede Menge, ein bisschen Geld dürfen wir mit nach Hause nehmen. Und, lassen wir mal gucken, 8.500 habe ich jetzt gekriegt. Damit habe ich sie jetzt durch. Danke, liebe Alsace, du warst ein tolles Schiff, du hast mir Spaß gemacht. Ja, jetzt werde ich halt sparen auf den großen, was ist das? Concurse Engländer? Wie heißt das? Republik. Republik, genau. Dann spare ich jetzt schön auf die Republik. und hoffe, dass ich sie schnell zusammenkriege. Danke, dass ihr da wart. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.